Seit Jahren bilden sie ein kongeniales Künstler-Duo. Seit Richard Strauss in Berlin Hugo von Hoffmannsthals Elektra gesehen und den Schriftsteller gebeten hat, allem Komponierbaren von seiner Hand das Vorricht zu lassen. Wir sind füreinander geboren, schrieb er dem Dichter damals. Wie wahr, wenn man nun auf Elektra und den Rosenkavalier zurückschaut. Inzwischen kennen sich die Künstler genau. Wissen, dass man um der Sache willen kein Blatt vor den Mund nehmen muss. Das fördert die Kreativität. Auch wenn der feinsinnige Ästhet und der bodenständige Bayouware dabei manchmal aneinander geraten. Wie jetzt. Denn Strauss schätzt zwar gerade das Empfindsame an seinem Librettisten, das Sensible, das ihm mitunter fehlt. Doch in ihrem aktuellen Projekt Ariadne will der nüchterne Handwerker im Text offensichtlicher wiederfinden, was Hoffmannsthal vorschwebt. Ewig beharren oder aber leben, sich verwandeln. Hoffmannsthal hat seine Vorstellungen so treffend im letzten Brief geschildert. Warum nicht auch allgemein verständlicher im Text? Die Aussprache wird das Team voranbringen. Wie jedes Mal, wenn die beiden aufeinanderstoßen. Privat werden sie sich dafür umso seltener treffen. Ihre Ebene bleibt die Kunst. Verewigt in über 600 Briefen. Garmisch, 19. Juli 1911. Lieber Herr von Hoffmannsthal. Es tut mir herzlich leid, dass ich in meiner trockenen Art Ihnen nicht den freundlich erhofften Lohn gespendet habe, den Ihr Werk sicher verdient. Aber ich gestehe offen, ich war für den ersten Eindruck enttäuscht. Vielleicht, weil ich zu viel erwartet hatte. Ich habe mir Ihr Manuskript jetzt mit Maschinenschrift ausschreiben lassen und hatte heute bei rascher Lektüre allerdings einen wesentlich besseren Eindruck. Ganz überzeugte mich aber das Werk erst nach dem Lesen Ihres Briefes, der so schön ist und den Sinn der Handlung so wundervoll erklärt, wie er mir oberflächlichen Musikanten allerdings nicht aufgegangen war. Ist das aber nicht etwas bedenklich? Und fehlt da nicht doch einiges von Deutung in der Handlung selbst? Wenn's ich schon nicht gesehen habe, denken Sie doch an Publikum und Kritik. So wie Sie mir's schildern, ist's famos. Das kommt aber im Stück selbst nicht so recht deutlich und anschaulich heraus. Ich freue mich nun doppelt, dass ich mich auch diesmal nicht habe verstellen können und dass meine Kühle Ihnen den herrlichen Brief entlockt hat. Der Autor sieht ins Stück Dinge hinein, die der nüchterne Zuschauer nicht sieht. Und dass auch ich, der willigste Leser, so wichtige Dinge nicht herausgelesen habe, muss Ihnen doch zu denken geben. Wenn ich Ihr Stück jetzt nach Ihrer Erklärung anschaue, finde ich wohl alles drin. Aber die Deutlichkeit, die ein Theaterstück braucht, denken Sie doch an die Ochsen von Zuschauern, alle, vom Komponisten angefangen. Außerdem bin ich nur ein Mensch, kann mich irren, bin tatsächlich schlechter Laune, seit vier Wochen Mutterseelen allein hier, seit vier Wochen der Zigarette entsagt, da soll der Teufel genußfroh sein. Also, seien Sie so gut. Vielleicht gibt Ihnen mein Unverständnis doch eine Anregung. Nur als solche bitte ich's zu betrachten. Wir wollen uns doch gegenseitig steigern. Und über den Schluss können wir dann in München plaudern. Genießen Sie recht den schönen Sommer und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem Dr. Richard Strauß.